wünsche ich Ihnen. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich darf Sie heute im Namen der Evolution begrüßen zu einem Webinar zum Thema Stress und Rhythmusverlust und wie wir mit pflanzlichen Hilfsmitteln diesen Themen begegnen können. Mein Name ist Christine Baumann. Ich bin Heilpraktikerin in eigener Praxis seit 2010. Die Praxis ist in Mittenwald, direkt an der Grenze zwischen Bayern und Tirol und begrüße Sie heute Abend von zu Hause aus Tirol. Ja, ich kriege hier die Rückmeldung, der Ton passt. Das macht mich sehr zufrieden. Dann freue ich mich auf einen schönen Abend gemeinsam mit Ihnen und bin dann nach dem Vortrag auch noch im Chat verfügbar. Also das heißt, wenn Sie Fragen haben zum Webinar, können Sie die gerne auch schon während des Vortrages einfach in den Chat eintragen. Am besten gucken Sie, dass Sie dabei auswählen, dass Sie nur an Moderatoren senden, damit da nicht irgendwelche Daten weitergegeben werden können. Ich werde dann, wenn ich mit dem Vortrag durch bin, einfach auf den Chat für mich umstellen und schauen, dass ich Ihre Fragen alle beantworten kann. So, jetzt schalte ich mich mal weg und dann legen wir los. Das Thema Stress und Rhythmusverlust hat ganz unterschiedliche Gesichter, weil Stressauslöser ausgesprochen unterschiedlich sein können. Das eine, an was wir denken, ist natürlich sofort das Thema Arbeitswelt und der Stress im Job. Der böse Chef, der einem im Nacken sitzt, wenn man permanent mit verantwortungsvollen Aufgaben sich überfordert fühlt, entwickelt sich Stress und Dauerstress vor allen Dingen. Es ist aber auch so, dass Unterforderungen, wenn man also das Gefühl hat, im Job nicht richtig aufgehoben zu sein, Frustration bringt und zu Stress führt, dann ist ein ganz großes Thema natürlich alles, was zwischenmenschlich sich abspielt, Konflikte sowohl im familiären als auch im Arbeitsplatz. Familiäre Belastungen kann auch bedeuten, dass man in der Familie jemanden pflegen muss oder alleine auch schon die Kindererziehung kann ein großer Stressfaktor sein, gerade jetzt in der aktuellen Zeit. Dann bringt uns natürlich Termindruck unter Zeitnot, wenn wir ständig irgendwelche Dinge fertig machen müssen und dann mehrere Leute auf einmal andere Forderungen haben. In unserer heutigen Zeit haben wir auch das Gefühl, ständig erreichbar und verfügbar sein zu müssen, aufgrund von dem kleinen Apparat, den wir überall in der Hosentasche mit uns rumtragen und wo zu jeder Zeit E-Mails abgerufen werden können und auf unterschiedlichen Kanälen Nachrichten reinkommen und einfach auch ein Haufen Informationen zu verarbeiten ist, weil man quasi immer und überall und ständig eine ganze Welt an Informationen zur Verfügung hat. Das ist einerseits ein Segen und wir freuen uns drüber und andererseits kann das aber auch ein großer Fluch sein, das alles verarbeiten zu müssen. Ganz großer Faktor ist Lärmbelastung. Gerade dauerhafter Lärm ist etwas, was Menschen wirklich richtig nachhaltig krank macht, aber auch die Baustelle neben dem Büro, neben dem Arbeitsplatz stört schon die Konzentration und dann soll man womöglich eben auch noch termindruckmäßig Dinge fertig machen und hat aber ständig den Presslufthammer vor sich. Das bringt alles natürlich Zusatzfaktoren. Bei vielen kommt der Stress auch aus sich selbst heraus, weil man einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat, weil man alles immer perfekt erledigen möchte, weil man vielleicht irgendwie das Gefühl hat, man müsste alle außenrum zufriedenstellen. Bei vielen ist es aber auch das mangelnde Selbstbewusstsein, die Unsicherheit, ob man das, was man gemacht hat, gut gemacht hat, bringt auch einen ganz großen Stressfaktor. Und die größte Belastung ist eigentlich die, die wir nicht richtig erkennen. So die unterbewussten Sorgen, das, was immer so von hinten uns im Nacken sitzt, was immer so von hinten an den Nerven nagt, Probleme, die wir lange und ständig mit uns mitschleppen und die wir eben oftmals gar nicht im Bewusstsein haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, da sich mal, wenn man Symptomatiken an sich selber spürt, auseinanderzusetzen und zu überlegen, wo sind denn meine Stressoren eigentlich wirklich? Ist es eigentlich tatsächlich die Arbeit, die mich belastet? Sind es tatsächlich die Kinder, die mich belasten? Oder ist da möglicherweise irgendeine Geschichte in meinem Unterbewusstsein, in meinem Unbewusstsein, mit der ich mich beschäftigen muss, damit sich viele Dinge auflösen können? Wir haben natürlich dann unterschiedlichste Reaktionen und Symptomatiken, die sich aus diesen Stresszuständen entwickeln können. Auf die kommen wir noch. Prinzipiell ist Stress mal etwas, was medizinisch relativ gut definiert ist. Es ist eine hormonelle Reaktion. Wenn wir kurze Stressmomente haben, also vor dem Säbelzahntiger davonlaufen müssen oder gegen ihn kämpfen, jetzt gerade in der nächsten halben Stunde, dann werden Catecholamine ausgeschüttet, Adrenalino, Adrenalin und Dopamin, die also regulieren, dass wir wirklich ganz wach sind, dass wir ganz bewusst sind, dass wir ganz im Moment sind, dass wir reagieren können, schnell reagieren können und nicht irgendwie von Körperfunktionen abgelenkt werden, die wir jetzt nicht brauchen können. Wenn Stress allerdings dauerhaft besteht, dann wird er vor allen Dingen über die Nebenniere verarbeitet, vor allen Dingen über das Cortisol. DHA ist auch ein Nebennierenhormon, schauen wir uns gleich genauer an, ist sozusagen der Gegenspieler zum Cortisol oder das Unterstützungshormon. Wenn eben Dauerstress besteht, dann erhöht der Körper das Cortisol. Wir haben einen natürlichen zirkadianen Cortisol-Ausschüttungsverlauf sozusagen und bei Dauerstress erhöht sich dieser zunächst mal, damit wir leistungsfähiger sind. Cortisol macht uns also auch wach und präsent dauerhaft. Cortisol unterstützt oder unterdrückt Entzündungsreaktionen und hält uns sozusagen auf Trab und Wach. Wenn wir dauerhaft zu hohe Cortisol-Spiegel haben, dann hat das negative Folgen für den gesamten Organismus. Es gibt also zunächst mal Syndrome, die aus einem Cortisol-Überschuss entstehen. Cortisol hat bestimmte Funktionen. Es stellt eben permanent Zucker zum Beispiel im Blut parat. Das heißt, wir können hier unter Umständen Probleme bekommen mit dem Glucosestoffwechsel. Es kann zu Gewichtszunahmen kommen, obwohl an der Ernährung nicht wirklich was verändert worden ist, weil Cortisol eben ein anaboles Hormon ist, was uns den Körper dazu bringt, tatsächlich auch dann ein kataboles Hormon ist, aber was eben aufgrund der Blutzuckerbereitstellung dafür sorgt, dass der Insulinspiegel auch permanent hoch ist und das wiederum macht den Anaboleneffekt. Das heißt, wir lagern ein. Wir haben auch eine starke Reizung am zentralen Nervensystem. Wir haben eine zu starke Reizung ständig am Herz-Kreislauf-System. Also dauerhaft zu hoher Cortisol-Spiegel führt Probleme. Dazu kommt, dass wenn keine Regeneration stattfindet, erschöpft sich auch diese Funktion irgendwann und Cortisol kann nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt werden. Es entsteht eine Nebennierenschwäche mit dann einem entsprechenden Cortisolmangel, was dann bedeutet, dass wir also abrutschen in die Erschöpfung, in Erschöpfungsphasen mit allem, was da auch dazugehört. Es ist natürlich so, dass sich Stress nicht immer vermeiden lässt und auch der berühmte Dauerstress lässt sich nicht immer ganz ausschalten. Es ist manchmal das eine Projekt, was jetzt einfach erledigt werden muss und was wir auch gerne gut erledigen wollen. Es ist, wir können die Kinder nicht abstellen. Wir können das Homeschooling im Moment nicht abstellen. Das heißt, es gibt manchmal Situationen im Leben, da muss man einfach da durch. Und da ist es natürlich absolut legitim, in solchen Phasen, wo man erhöhte Arbeits- oder Belastungsaufkommen hat, dass man den Körper und auch die Psyche nähert und unterstützt und schaut, dass man eben mit allem, was man zur Verfügung stellen kann, Energie bereitstellt und durch solche Phasen gut durchkommt. Ja, das Cortisol schauen wir uns genauer an. Ich habe es schon ein bisschen was angedeutet. Wir haben also im Cortisol, den Cortisolhaushalt, einen sogenannten Zirkadianenverlauf. Das heißt, Cortisol wird in der Früh erst mal vermehrt ausgeschüttet, damit wir in den Tag kommen. Im Normalfall, so beim durchschnittlichen Organismus, beginnt der Körper ab 5 Uhr morgens Cortisol auszuschütten, damit wir überhaupt irgendwann wach werden. Also wir brauchen dieses Hormon, um überhaupt in den Tag zu finden. Dann eben, wenn wir wach werden und aufstehen, dann gibt es einen Peak. Das Cortisol geht nach oben und im Laufe des Tages sollte dieser Peak dann wieder zunächst mal schneller und dann langsamer sinken, damit wir abends wieder in die Regeneration finden können. Daraus ergibt sich auch schon so ein bisschen die erste Symptomatik. Nämlich für mich ist so ein erstes Symptom von Überforderung der Nebenniere, ist, dass wir morgens vor dem Wecker aufwachen. Und zwar in einer Art und Weise, also es ist ja gut, wenn wir einen Rhythmus haben, der uns hilft, vor dem Wecker aufzuwachen. Aber es gibt eben auch eine Art und Weise, die dann vielleicht eher unangenehm ist, wenn wir so immer eine Stunde zu früh eigentlich wach werden und nicht mehr irgendwie in den Schlaf finden, ist es schon ein Signal dafür, dass der Körper sich einfach schon zu früh vorbereitet und zu früh zu viel Cortisol ausschüttet und uns sozusagen damit einen Teil der Regenerationsphase schon stört. Cortisol macht eine katabole Stoffwechsellage. Das heißt, es ist ein verbrauchendes Hormon. Die Zellen werden abgebaut im Rahmen des erhöhten Cortisol-Spiegels. Der Blutzucker wird erhöht, damit eben energiebereit steht, damit wir vor dem Säbelzahntiger davon laufen können oder mit ihm kämpfen können. Es wird das Immunsystem supprimiert. Das heißt, es werden Entzündungsreaktionen unterdrückt. Das Immunsystem kann nicht vollständig arbeiten, wenn Cortisol zur Verfügung steht. Es geht also erstmal tatsächlich um Action und präsent sein. Wir haben Wechselwirkungen natürlich mit anderen Hormonen. Einmal, weil Cortisol eine Rückkopplung sozusagen macht an der Hypophyse. Also LH und FSH werden in der Ausschüttung gehemmt. Zwei Hormone, die wir für den weiblichen Zyklus brauchen, für den Eisprung brauchen. Cortisol hat einen Einfluss auf die Schilddrüsenhormone, auf den gesamten Schilddrüsenstoffwechsel und auch auf die Empfindlichkeit der Zellen in der Schilddrüse. Es macht so ein bisschen das Gefühl, dass man unterwegs ist wie der Duracellhase. Also wir kommen nicht mehr richtig runter. Wir sind eigentlich ständig so ein bisschen flatterhaft und zu hoch, wenn zu viel Cortisol unterwegs ist. Und wir kommen letzten Endes dann auch nicht mehr richtig abends in die Regeneration, weil der Cortisolspiegel zunächst mal nicht mehr tief genug sinkt. Das heißt, wir brauchen lange zum Einschlafen. Es wird viel gegrübelt und damit verkürzt sich die Regenerationsphase. Wenn sich das erschöpft hat und das Cortisol zu niedrig ist, dann erhöht sich das TSH. Also wir haben wieder eine Wechselwirkung mit der Schilddrüse und wir rutschen dann in eine Schilddrüsenunterfunktion, was nochmal zusätzlich Erschöpfung bringt. Also einmal ist der Taktgeber nicht mehr da, der uns sozusagen wach für den Tag macht, das Cortisol. Und andererseits ist die Schilddrüse, die ja das Gehirn des Stoffwechsels ist, sozusagen entgleist und bringt auch nicht mehr die Energie auf, die sie braucht. Das heißt, wir entwickeln Kraftlosigkeit, Erschöpfung, Müdigkeit. Erstes Symptom ist eine starke Lärmempfindlichkeit. Vor allen Dingen Gespräche können nicht mehr richtig gut verfolgt werden. Ganz schlimm ist es, in der Kneipe zu sitzen, wenn sich mehr als drei Personen gleichzeitig unterhalten. Dann macht uns das völlig kirre und völlig kaputt. Das ist ein Symptom dafür, dass das Cortisol tatsächlich jetzt eher in den Mangel gegangen ist. Und wir haben dann eben den körpereigenen Entzündungsregulator auch nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Es gibt jetzt eine erhöhte Entzündungsbereitschaft und es kann zu Silent Inflammation, zu stillen Entzündungen an den Schleimhäuten beispielsweise kommen. Es kann zu Entzündlichkeiten an den Gelenken kommen oder Dinge, die vorher unterdrückt waren, weil wir im Stress waren, poppen jetzt hoch und holen uns jetzt sozusagen ein. Und wir haben es schon rausgehört, wenn im Cortisolhaushalt was nicht stimmt, dann ist der ganze Tag-Nacht-Rhythmus gestört, weil eben dann wir nicht mehr wach und präsent sind, wenn wir wach und präsent sein sollten und nicht mehr richtig in den Schlaf finden, wenn wir schlafen sollten. So sieht jetzt eine Cortisolkurve aus. Wir haben also hier einen relativ großen grünen Referenzbereich. Cortisol wird im Speichel zum Beispiel gemessen oder sollte im Speichel gemessen werden, weil wir da eben mehrere Zeitpunkte haben, wo wir ins Röhrchen spucken, weil wir hier tatsächlich das freie Hormon messen können, das im Gewebe auch am Rezeptor andockt. Im Blut sehen wir einen Großteil gebundene Hormone, also zumindest mal bei den Steroid-Hormonen, das ist nicht bei allen Hormonen gleich. So sieht eine ideale Kurve aus. Hier haben wir also den Verlauf morgens mit dem Peak, der erst mal abfällt. Das ist die Zeit, wo wir besonders leistungsfähig sind, morgens erst mal und dann mittags geht es weiter, so in den steten Abfall. Wir kommen aber immer noch gut durch den Tag und sind dann eben abends zum Schlafengehen wieder in dem Bereich, wo wir gut in die Regeneration finden können. Im Stress ist das Erste, was jetzt eben passiert, dass möglicherweise hier der Peak ein bisschen früher beginnt, der geht auch vielleicht ein bisschen weiter rauf und der findet nicht mehr richtig nach unten. Das heißt, die Regeneration ist einfach hier dann gestört. Und wenn das zu lange andauert, wenn hier zu lange zu hohe Cortisolspiegel sind, dann bringt der Körper diese Energie irgendwann mal nicht mehr auf, dann verschwindet dieser Peak und wir bleiben hier unter dem Bereich. Das sind dann die Kandidaten, die also sagen, ohne Mittagsschlaf geht bei mir überhaupt gar nichts mehr. Das zweite Hormon in der Nebenniere ist das DHEA, das eben in der Nebenniere und in den Ovarien auch gebildet wird. Es kann in der Leber zu Testosteron umgewandelt werden. Testosteron ist auch so ein Hormon, was im Stress sich gerne mal erhöht, weil es ein Energiegeber ist. Es wirkt androgen, ist also was, was jetzt die Männlichkeit sozusagen auf körperlicher Ebene fördert, ist aber deutlich schwächer als das Testosteron in der Wirkung. Sollte man jedoch im Kopf haben, es wird gerne als Jungbrunnen auch verkauft und es ist total en vogue heutzutage, dass man ab einem gewissen Alter mit DHEA dopt, damit man länger jung bleibt. Man muss aber einfach auch dazu sagen, dass auch bei den Frauen, die jetzt langfristig DHEA anwenden, das passieren kann, dass eben das in Testosteron umgewandelt wird und dann gibt es Bartwuchs oder auch Haarausfall, was wir ja eigentlich als Frau nicht so wahnsinnig gerne haben wollen. In der Stresskaskade ist es so, dass wir das Hormon dringend brauchen, eben so ein bisschen als Gegenspieler fürs Cortisol. Wenn uns DHEA fehlt, dann sind wir infektanfällig, wir sind Spannkraft und man sieht es den Leuten auch an. Wenn Leute so ganz eigentlich älter aussehen, als sie sind, dann ist normalerweise davon auszugehen, dass die Nebenniere gerade schon so ein bisschen die Grätsche macht und einfach vom DHEA nicht mehr so richtig genügend zur Verfügung steht. Führt auch zu trockener Haut. Mangelnde Libido könnte man so ziemlich bei jedem Hormon, bei jeder hormonellen Dysbalance hinschreiben, weil einfach der Körper, gerade wenn die Stresshormone erhöht sind oder wenn im Stresshormonsystem was nicht stimmt, dann ist der Körper sehr fokussiert darauf, dass er überleben muss, weil die Stresshormone sind die, die wir fürs Überleben brauchen. Und der Körper wird sich immer erst Gedanken machen übers Überleben, bevor er sich über die Fortpflanzung Gedanken macht und damit sinkt natürlich die Libido. Gleichzeitig kommt auch bei DHEA-Mangel gerne so ein bisschen so eine Ängstlichkeit und wir sind so ein bisschen unterwegs wie auf hohen Eiern mit wackeligen Füßen. Schaffen wir denn das noch alles und machen wir denn das alles richtig? Also die Selbstzweifel, die werden immer größer, je weniger DHEA vorhanden ist. Die Überlastung führt langfristig zu verschiedenen Symptomen. Ich habe schon gesagt, wir merken es als allererstes eigentlich vor allen Dingen an Schlafstörungen, an Reizbarkeit, letzten Endes dann auch an Antriebslosigkeit, wenn wir in diese Mangelsituation rutschen. Die Leistung nutzt sich irgendwann mal ab. Zuerst haben wir das Gefühl, wir kriegen vor lauter Unruhe gar nicht so richtig die Finger auf die Tastatur und nachher ist es so, dass wir die Finger nicht mehr auf die Tastatur kriegen, weil wir einfach zu schwach dazu sind. Die Konzentration lässt nach. Man wird unaufmerksam. Es schleichen sich Fehler ein. Man fängt an, Dinge zu vergessen. Es entwickeln sich auch aus diesen Unruhezuständen Herzrhythmusstörungen, vor allem so Herzrasen, was ganz unangenehm ist. Das kann zu tun haben mit der Schilddrüse, das kann aber tatsächlich auch einfach an der hormonellen Stressbelastung liegen. Bis hin zu Panikattacken, dass Menschen also plötzlich aus dem heiteren Himmel Ängste entwickeln, die sie überhaupt nicht in Worte fassen können, nicht beziffern können und die sie von sich auch nicht kennen. Natürlich hängt auch der Bewegungsapparat da dran. Wenn ständig irgendwie der Stress im Nacken sitzt, heben wir ständig die Schultern an. Das macht Verspannungen, das macht irgendwann mal Rückenschmerzen. Es ist aber auch so, dass die Gelenke nicht mehr richtig geschmiert werden, dass wir uns nicht mehr richtig bewegen oder zu wenig bewegen, was dann wieder zu Problematiken am Bewegungsapparat führt. Da ist also die ganze Bandbreite dabei. Hormonelle Dysbalancen ergeben sich natürlich daraus, dass eben jetzt die Stresshormone schon mal hier aus dem Ruder laufen. Dann muss man eben wissen, dass der Körper ja die Hormone ständig ineinander umwandelt, so wie er sie eigentlich gerade braucht. Und wenn er eben alles ins Cortisol schieben muss, weil er da irgendwie gerade aus dem letzten Loch pfeift, dann bleibt natürlich für die restliche Hormonlage nicht mehr viel übrig. Das heißt, wir haben dann bei Frauen gerne einen Progesteronmangel. Wir haben dann gerne auch einen Östrogenmangel. Damit verändert sich der Zyklus. Damit finden keine Eisprünge mehr statt. Die Fruchtbarkeit wird gemindert. Auch beim Mann ist es so, dass irgendwann mal die Spannkraft nachlässt, weil einfach das Testosteron nicht in ausreichender Menge gebildet wird. Das Spermiogramm verschlechtert sich und so weiter und so fort. Und eben auch die Schilddrüse entgleist, was zusätzlich wieder diese hormonellen Dysbalancen begleitet und befeuert. Es entwickeln sich Verdauungsstörungen. Es ist also ausgesprochen häufig, dass Menschen, die in so einer Stressphase waren, nehmen wir einfach mal das Studium, das Ende vom Studium oder auch die Heilpraktika-Ausbildung. Und es geht aufs Ende zu und zur Prüfung zu. Und dann ist richtig Druck drauf. Und man powert sich richtig aus. Und ein halbes Jahr später sitzen die dann in unseren Heilpraktika-Praxen, weil sie Probleme mit der Verdauung haben, weil sie vermehrt Blähungen haben, weil sie anfangen, Dinge nicht mehr zu vertragen. Und sie verstehen gar nicht, warum da jetzt eine Dysbalance da sein könnte, weil es kein Antibiotikum und nichts gegeben hat. Es ist aber tatsächlich so, dass ganz oft die Folge von so einer Nebennierenschwäche ein sogenanntes Ligigat ist. Also das heißt, die Darmschleimhaut wird durchlässiger und wird gestört in der Resorption. Und damit entwickeln sich alle möglichen Probleme. Der Klassiker ist der Magen, der reagiert, weil es Cortisol eben, wenn es vermehrt ausgeschüttet wird, auch die Magensäure anregt. Und dann wird ständig zu viel Magensäure produziert. Daraus entwickeln sich dann stressbedingte Gastritiden, also Magenschleimhautentzündungen, bis hin tatsächlich auch zu Magengeschwüren oder auch Darmgeschwüre können sich entwickeln in der Folge von Stress. Es gibt Gewichtsveränderungen, nicht nur wegen dem Cortisol und seiner Wirkung auf den Zucker, sondern es ist auch so, dass sich einfach die Ernährungsgewohnheiten verändern, wenn wir im Stress sind. Die einen essen dann mehr und essen die falschen Dinge und die anderen vergessen es vollständig. Also da können auch die unterschiedlichsten Dinge passieren. Die erhöhte Entzündungsbereitschaft habe ich schon angedeutet, Infektanfälligkeit. Wenn also zunächst mal haben wir das Gefühl, wir wären gar nicht mehr krank und dann plötzlich erschlägt es uns und wir schnappen uns jeden Schnupfen auf, weil einfach der Körper seine Verteidigungslinie abgestellt hat. Es ist so und es zeigt sich in der Praxis jeden Tag, dass Stress wirklich einer der wichtigsten Faktoren ist über Gesundheit und Krankheit. Wir können den Stress nicht ausschalten, also müssen wir irgendwelche Komponenten finden, die uns unterstützen, damit wir den Stress besser verarbeiten können. Hier habe ich nochmal so ein Bild, was auch mit dem zentralen Nervensystem passiert. Wenn wir das Kommando bekommen, wir müssen hier mit dem Säbelzahntiger kämpfen oder vor dem Säbelzahntiger davonlaufen, dann ist unser Gehirn superaktiv, unsere Muskulatur ist superaktiv, die Durchblutung läuft auf Vollgas. Das zentrale Nervensystem meldet hier, dem Sympathikus angeschaltet zu sein und die Verdauungsorgane, die sind dann eher im Schlaf. Das hier ist ein kleines Darmbakterium, der schläft hier auf dem Rücken von dem Säbelzahntiger. Das heißt, wenn wir im Dauerstress sind, ist die Verdauung permanent überlastet, weil eigentlich durch die Aktivierung des Sympathikus die Verdauungsorgane ständig die Information bekommen, du hast jetzt Pause, du kannst jetzt nicht arbeiten. Wenn dann der Säbelzahntiger schläft, wenn wir in diesen Zustand kämen, dass also der Stress wirklich abgeschalten wäre, dann darf das Gehirn ein bisschen langsamer arbeiten, dann darf die Muskulatur entspannen und die Verdauungsorgane dürfen aktiv werden. Der Parasympathikus ist jetzt aktiv und damit sind Regenerationsprozesse im Körper möglich, die vorher nicht möglich gewesen sind. Was können wir also tun, um uns zu unterstützen? Einmal gibt es eben pflanzliche Mittel, da möchte ich jetzt ein paar vorstellen, die uns helfen, durch so Stressphasen durchzukommen. Wir fangen mal an mit, wie wir die Nebenniere eben tatsächlich als Organ entlasten können. Eine ganz wichtige Pflanze ist die, die wir hier im Vordergrund sehen. Die Rosenwurz, eines meiner absoluten Lieblingsadaptogene. Die Rosenwurz wirkt DHEA-ähnlich, das heißt, sie ist so ein bisschen der Gegenspieler zum Cortisol und reguliert damit das Cortisol, ist aber eben nicht wie ein echtes DHEA. Das heißt, sie wird auch jetzt nicht unbedingt androgenverstoffwechselt ins Testosteron. Im Gegensatz zu vielen anderen Adaptogenen ist sie nicht unbedingt eine, also bei wenigen Patienten tut sie das schon auch, aber bei den wenigsten Patienten wirkt sie übermäßig anregend. Also sie macht nicht so sehr diesen Duracell-Modus stärker, sondern sie macht uns ein bisschen gelassener im Umgang mit Stress. Sie hilft uns, dass einfach die Außeneinwirkungen, die Stressoren nicht mehr so nah an uns rankommen. und hilft uns damit durchzukommen durch diese Phasen. Man kann das auch so ein bisschen ablesen, wenn man nochmal schaut, wie sie wächst. Sie wächst ganz oben am Berg und sie wächst ganz super rhythmisch und damit zeigt sie uns eigentlich, was sie tut. Sie hilft uns, über den Berg drüber zu kommen, wenn wir da jetzt nur mal drüber müssen und sie rhythmisiert uns auch tatsächlich von innen. Die Rosenwurz ist eine Pflanze, die man wie die meisten Adaptogene eher in die Tagesenergie gibt. Das heißt, ich würde die jetzt in der Praxis eben morgens und mittags geben in höheren Dosierungen. Damit rhythmisiert sie einen über den Tag. Gleichzeitig ist es aber so, dass durch diese innere Rhythmisierung auch der Schlaf regenerativer wird. Also ohne, dass ich sie abends einnehmen muss, regeneriert sie mir meinen Schlaf darüber, dass sie mich von innen heraus rhythmisiert. Tagsüber erhöht sie sowohl die psychische als auch die physische Leistungsfähigkeit und hilft uns eben einfach so ein bisschen da konzentriert zu sein einerseits, aber ganz bei uns zu sein und eben den Stress, den Chef vielleicht von außen ein bisschen auszublenden oder wenn mal im Homeschooling die Dinge nicht so richtig geklappt haben oder was auch immer einen gerade belastet. Die ist traditionell für ganz viele Dinge eingesetzt, bei Höhenkrankheit, bei Anämie wird sie eingesetzt, tatsächlich auch bei Kopfschmerzen und Migräne, weil sie auch eine entkrampfende Wirkung hat. Man kennt den Einsatz in der Volksmedizin auch bei neurologischen Erkrankungen, also alles, was mit dem Nervensystem zu tun hat, bis hin zu Demenzerkrankungen. Und sie hat auch eine milde, antidepressive Wirkung. Das heißt, sie hält die Stimmung ein bisschen auf, wenn wir jetzt aufgrund vom Stress so ein kleines bisschen lethargisch oder mutlos geworden sind. Und sie wird eingesetzt bei Potenzstörungen des Mannes. Ich habe sie in der Praxis sehr oft in Verwendung tatsächlich auch zur Fruchtbarkeitssteigerung der Frau. Eben dann, wenn eigentlich organisch alles hervorragend ist und man sagt, es ist völlig unerklärlich, warum es jetzt mit der Schwangerschaft nicht klappt, aber ich sehe, dass da hier in der Arbeit fünf Projekte anstehen und dann der Garten noch umgegraben werden muss und das Haus ist auch noch nicht fertig gebaut, wo man sich so ein bisschen fragt, wie soll denn da ein Kind dazwischen passen? Da ist viel Stress da. Da ist die Rosenwurz eben eine, die hilft, das Hormonsystem zu regulieren, indem es die Nebenniere entlastet. Eine andere Pflanze, die ebenfalls die Nebenniere stark entlastet, ist der Beifuß. Ganz klassisch, traditionell wächst bei uns überall am Straßenrand. Wir kennen ihn aus der Weihnachtsgans, weil er eben hilft, fettreiche Speisen besser zu verdauen. Aber auch der Beifuß ist eine stark hormonwirksame Pflanze. Er reguliert alle Hormone direkt über die Hypophyse. Er aktiviert alle Hormondrüsen, also auch die Nebenniere. Er wirkt durchwärmend, das heißt, er bringt uns so ein bisschen das Lebensfeuer zurück, die Konzentration zurück, die Aktivität zurück. Auch der Kreislauf wird angeregt, es wird alles besser durchblutet und gleichzeitig ist es aber so, dass wir Entlastung der Verdauung haben über die Leber, über den Bitterstoff und auch direkt an der Schleimhaut. Ich finde ihn auch energetisch deshalb interessant, weil er in allen Kulturen, in denen er wächst, als Fugadämonum, als Teufelsflucht verwendet wird. Also das heißt, wenn man den Teufel austreiben will, dann räuchert man ordentlich mit Beifuß. Jetzt ist der Teufel heute nicht immer mit Hörnern und Hufen unterwegs, sondern der Teufel steckt eben vielleicht in dem Chef, der einem im Nacken sitzt oder in der Sorge, weil der Kredit vom Haus noch nicht so weit abgezahlt ist, wie er es sein sollte. Das ist der Teufel, der uns im Nacken sitzt und den treiben wir mit Beifuß aus, weil er einfach hilft, so ein bisschen uns zu stärken und uns die Sorgen zu verkleinern. Auch der Beifuß ist eine wichtige Fruchtbarkeitspflanze ebenfalls für beide Geschlechter. Bei der Frau wird er eingesetzt, eben um den Eisprung zu fördern. Wir setzen ihn auch ein, wenn vor lauter Stress die Mensch überhaupt vollständig ausgeblieben ist. Traditionell wird er zur Geburtserleichterung verwendet und wir haben ihn bei Durchfällen im Einsatz bis hin zu Wurmerkrankungen. Also er ist schon auch so ein bisschen ein Universalkraut und eines, was uns im Stress eben sehr gut unterstützen kann. Was können wir noch tun, um die Nebenniere zu entlasten? Es gibt noch ein paar andere Kräuter und Pflanzen, die uns da helfen können. Ashwagandha ist eine, die jetzt inzwischen bei uns sich gut etabliert hat, die aus der ayurvedischen Medizin kommt, die Schlafbeere, von der wir auch wissen, dass sie ähnlich wie die Rosenwurz den DHA-Spiegel erhöht und die Stresstoleranz erhöht. sie wirkt stärkend und auch leicht beruhigend. Also das ist auch so ein Adaptogen, was man einsetzen kann, was reguliert, was jetzt nicht nur ein reiner Kraftgeber ist, sondern was gut reguliert. Ich finde sie ein kleines bisschen männlicher als die Rosenwurz noch. Die Rosenwurz ist was ich sehr der Venus zuordne, was nicht bedeutet, dass ich die Rosenwurz nur den Frauen und Ashwagandhan nur den Männern geben würde, sondern es ist eben in manchen Situationen sinnvoll, eine Frau etwas männlicher zu machen oder einen Mann etwas weiblicher zu machen, je nachdem, in welcher Situation er sich gerade befindet. Wenn ich also jemanden jetzt mehr noch in die Regeneration bringen möchte, wenn ich jemanden mehr beibringen möchte, dass er den Genuss wiederlebt, dass er sich auch mal eine Wellness-Oase gönnt oder irgend sowas, dann wäre es die Rosenwurz. Wenn ich hingegen eher sage, ich möchte stabilisieren und stärken, dass man sich verteidigt gegen den Chef, dass man vielleicht auch die Kinder nicht mehr so nah an sich ranlässt und sich trotzdem erlaubt, auch mal fünf Minuten am Tag sich auf die Couch zu setzen und ganz für sich zu sein, dann wäre es zum Beispiel Ashwagandha. Ribes nigrum, die schwarze Johannisbeere, ist eine Pflanze, die ebenfalls neben Nieren regulierend wirkt, Cortisol ähnlich wirkt. Das heißt, wir setzen sie auch gerne ein bei Allergien oder dann, wenn eben Cortisol als entzündungswidriges Mittel gebraucht werden könnte oder wir setzen sie ein, um den Hormonhaushalt zu regulieren, wenn eben das Gefühl ist, die Nebenniere ist völlig überlastet und die Patienten powern sich aus und brauchen ein bisschen Kraft über die Nebenniere. Die Nebenniere braucht B-Vitamine, ganz insbesondere Vitamin B5, was wir üblicherweise als Hautvitamin kennen, ist aber eben auch ein Vitamin, was in der Nebenniere verbraucht wird. Das heißt, wenn viel Stress ist, dann ist es wichtig, die B-Vitamine gut aufzufüllen. Jetzt macht es relativ wenig Sinn, ein B-Vitamin isoliert zu geben, weil wir wissen, dass die B-Vitamine alle zusammen miteinander agieren und Co-Enzyme füreinander sind. Das heißt, B-Vitamine fülle ich eigentlich wahnsinnig gerne wirklich im Komplex auf und da schaden wir niemanden damit, der jetzt im Stress ist, dass man dem ein paar B-Vitamine zusätzlich gibt. Natürlich wäre es perfekt, wenn er die über die Nahrung auch aufnimmt und wir sozusagen nur das auffüllen, was er an mehr Verbrauch hat im Stress, aber wir schaden eben nicht, wenn wir da einen Komplex dazugeben als Nervennahrung. Magnesium ist ebenfalls ein Stoff, der die Nebenniere unterstützt und der in der Nebenniere verbraucht wird und im Stress vermehrt verbraucht wird. Auch da ist es so, dass es durchaus legitim ist, in Stressphasen Magnesium zu ergänzen, zu supplementieren. Am besten wird es verarbeitet als Magnesiumcitrat, weil das auch so ein bisschen den Säurebasenhaushalt regeneriert und reguliert. Alternative wäre noch zum Beispiel Magnesiumorotat, was jetzt auch einen positiven Einfluss auf das Herz-Kreislauf-System hat. Hauptsache eben ein organisch gebundenes Magnesium, weil das viel besser resorbiert wird und verwendet wird. Wir brauchen ungefähr 350 Milligramm am Tag, die man eben in der Stresssituation auch einfach mal zusätzlich geben kann, selbst wenn es viel in der Nahrung auch enthalten sein sollte und am besten gibt man es über den Tag verteilt auf mehrere Portionen. Dann muss man sich ab und zu mal auch was gönnen, auch im Stress muss man sich Inseln einbauen. Ich empfehle da wahnsinnig gerne Ingwer-Nieren-Wickel, das ist die Königsklasse der Wickel bei den Anthroposophen. Das erdet und das füllt einfach die Nieren-Energie wieder auf. Die chinesische Medizin sagt ja, hier sitzt die Lebensenergie, das Meer der Energie wird hier wieder aufgefüllt. Das bringt echte Durchwärmung, also gerade Patienten, die so schon völlig ausgebrannt sind und kalt sind und ständig kalte Füße haben, die profitieren sehr von so einem Ingwer-Nieren-Wickel, weil der nachhaltig warm macht. Den macht man gerne einmal in der Woche. Ich würde es nicht zu oft machen, weil der durchaus sehr stark anregende Wirkungen hat und ich würde es auch nicht zu spät am Abend machen, weil eben möglicherweise die Patienten sonst nicht mehr in den Schlaf finden. Um den Ingwer-Nieren-Wickel anzulegen, brauchen wir zwei Esslöffel pulverisierten Ingwer auf ungefähr 100 bis 150 Milliliter Wasser, legen da ein mehrfach gefaltetes Textil, zum Beispiel aus Leinen oder Baumwolle rein, damit das gut aufgesaugt wird, die Flüssigkeit und legen das dann auf dem Nierenbereich auf und wickeln um den gesamten Rumpf des Patienten ein Außentextil aus Moltern zum Beispiel und packen dann den Patienten schön entdecken. Meistens braucht es beim Ingwer-Nieren-Wickel keine zusätzliche Wärmflasche, um den Wickel warm zu halten, weil der Ingwer die Wärme sowieso sehr stark hält. Und dann kann man da durchaus eine Dreiviertelstunde drin liegen und das bringt wirklich drei Tage lang Durchwärmung. Eben ein bisschen vorsichtig sein, weil der Ingwer sehr stark durchwärmt, sehr stark durchblutet und selbst diejenigen, die Frostbeulen sind und sagen, ja, ich habe es gern warm, liegen oftmals dann nach ein paar Minuten drin und sagen, ah, ist doch ein bisschen heiß, dann nimmt man eben wie gesagt die Wärmflasche raus oder im Zweifelsfall inzwischen Textil rein, da gibt es verschiedene Techniken. Was auch ein wichtiger Mikronährstoff ist, ist Vitamin C, natürlich nehmen wir den über die Nahrung viel auf und wir können auch versuchen, den Oral ein bisschen zu ergänzen, gerade wenn so Infektanfälligkeit auch eine Rolle spielt oder eben in Zeiten von besonders starker viraler Belastung ist es gut, zum Beispiel mit Vitamin C und in Kombination mit Zink aufzufüllen. Es ist jedoch so, dass wir über die Darmschleimhaut nur zwei Gramm Vitamin C am Tag aufnehmen können, weil einfach nicht mehr Transporttaxis zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn wir erhöhte Vitamin C oder höhere Vitamin C Dosierungen haben wollen, dann geht es am besten über die Infusion. Da arbeiten wir mit 7,5 Gramm, die direkt ins Blut gehen, die dann innerhalb von 24 Stunden einfach an jeder Zelle regenerativ und verjüngend wirken. Das ist ein echtes Super-Doping. Das kann man sich im Stress schon mal gönnen. Es gibt Kombinationspräparate, Antistresskapseln zum Beispiel, wo wir eine Kombination aus Rosenwurz und Ashwagandha haben. Wir haben den Elytorococcus noch drin, über den wir noch sprechen. Ich lese, es ist kein Ton. Bei mir zeigt es den Ton normal an, vielleicht falls alles gut kommt da. Ton völlig okay. Dann vielleicht diejenigen, bei denen der Ton nicht passt, einfach noch mal aktualisieren, auf aktualisieren gehen, dann ist der Ton bestimmt wieder da. Ich war bei den Antistresskapseln, die eben eine Kombination sind aus der Rosenwurz, aus Ashwagandha. Da ist Elytorococcus drin, Süßholzwurzel, die auch kortisolartig wirkt und noch ein Pilz, der Kordizeps, der eben auch noch mal anregend wirkt. Also mit solchen Kombinationspräparaten oder eben mit Einzelpflanzen, je nachdem, was uns lieber ist, können wir helfen, die Nebenniere ein bisschen zu entlasten. Wenn wir das Gefühl haben, wir müssen einfach gerade mehr Leistung bringen, als in uns drinsteckt, dann dürfen wir auch gerne ein kleines bisschen dopen. Das können natürlich die vorher genannten Adaptogene auch. Da kommen jetzt aber dann noch andere Kandidaten mit dazu. Einmal ein Kraut, das wir aus der Küche gut kennen und wir dürfen es auch in solchen Zeiten gerne vermehrt in der Küche verwenden, können es aber dann zum Beispiel eben noch ergänzen als Tinktur. Es ist der Rosmarin, der die Konzentration fördert und die Durchblutung. Es hilft also auch gerne mal Studenten oder auch Heilpraktiker, Anwärtern, die jetzt in der Prüfungsphase sind und viel lernen müssen. Stellen Sie sich einen Rosmarinstrauch neben Ihren Schreibtisch, damit Sie den Duft permanent in der Nase haben. Das fördert die Konzentration und die Durchblutung auf die Durchblutung im Gehirn und es feuert die innere Begeisterung wieder an. Also das Aroma, das Einnehmen des Rosmarins, das Kochen mit Rosmarin, all das hilft uns, dass wir da so ein kleines bisschen mehr Feuer wieder entfachen können in uns. Er ist besonders gut geeignet für Blutdruck-Schwächlinge oder für, das sind meistens Damen, junge Damen, die ständig mit Anämien zu tun haben, wo ständig zu wenig rote Blutkörperchen da sind, ständig zu wenig Eisen da ist. Denen hilft der Rosmarin auch eben, weil er ein bisschen mehr Kraft gibt. Er wirkt Libido steigernd, erregt den Kreislauf an, stärkt die Nerven und tonisiert eben, wenn wir schon in diesen Schwächezustand abgerutscht sind und wir das Gefühl haben, dass wir einfach viel zu erschöpft sind. Er wird in der Volksmedizin auch viel bunter noch eingesetzt, weil wir ihn auch bei funktionellen Oberbauchbeschwerden verwenden, also auch bei Blähungen, Bauchschmerzen. Eben, wenn Leute ständig kalt haben, wir nehmen ihn auch zur Zyklusregulation und wenn lange auszehrende Erkrankungen stattgefunden haben in der Rekonvaleszenz, die jungen Anämiepatienten, die dann auch gerne mal Kopfschmerzen rund um die Menz bekommen, das sind so Kandidaten, da passt der Rosmarin ganz hervorragend, bis hin sogar zu rheumatischen Erkrankungen, auch da kann Rosmarin helfen, eben weil er durchwärmend und durchblutend ist. Ein weiteres Adaptogen, was uns helfen kann, die Leistung zu steigern, ist der Eleutorococcus, die Tigerwurzel. Die Tigerwurzel hat auch wieder eine ganz starke insgesamt Hormonwirksamkeit, weil sie über die Hypophyse und über die Nebenniere die komplette hormonelle Kommunikation beeinflusst. Also es gibt eine direkte oder eine Wirkung auf die direkte Kommunikation zwischen Hypophyse und Nebenniere. Die Tigerwurzel hat einen ganz starken Einfluss auf unser Immunsystem, weshalb wir sie auch gerne begleitend im Einsatz haben, zum Beispiel bei Krebserkrankungen und auch bei viralen Erkrankungen bis hin zu AIDS. Tatsächlich hat man sie begleitend eingesetzt, weil sie das Immunsystem so stark stimuliert. Das zentrale Nervensystem wird stimuliert, das heißt, die Tigerwurzel ist durchaus auch eben so ein Hallo Wach, was also man ganz konkret einnehmen kann, wenn ich sage, jetzt muss ich durchhalten, jetzt habe ich die Besprechung, jetzt habe ich die Präsentation, jetzt bin ich gerade müde und kann es mir nicht leisten, dann kann ich Tigerwurzel eigentlich so ein bisschen wie einen Kaffee einsetzen. Sie hat außerdem auch eine ganz starke stoffwechselaktivierende Wirkung, regulierten Cholesterinspiegel, regulierten Blutzuckerspiegel, regulierten Stoffwechsel und sie wirkt antioxidativ, das heißt, sie schützt uns vor freien Radikalen. Man hat sogar in vitro Tumorwachstumshemmende Wirkung und Metastasen hemmende Wirkung gefunden, bis hin zu Leukämie, wo man sie eben gerne einsetzt. Und, genau das habe ich gleich noch nicht gesagt, dass wir Hirnschutz haben vor dem stressbedingten Magengeschwür, da gibt es andere Pflanzen auch, aber auch Eleutrokokos ist da eine Möglichkeit, wenn eben Patienten so ganz magensensitiv reagieren und ich denen ein bisschen den Druck rausnehmen möchte und sie schützen möchte, dass da nicht irgendwas passiert, dann kann man mit der Tigerwurzel wirklich gut arbeiten. Man muss mit sowas wie der Tigerwurzel für mich ein kleines bisschen vorsichtig umgehen und auch an die Selbstverantwortung der Patienten appellieren, weil, wenn man eben sowas stark Anregendes den Patienten gibt und die eigentlich schon so auf dem Weg zum Ausgebrannt sein sind, dann kriegen die wieder Energie und wenn die dann diese Energie wieder nur in den Chef stecken oder nur in das Projekt stecken oder nur ins Lernen stecken, dann powern die sich endgültig aus und dann landen sie endgültig in der Nebennirenschwäche. Das heißt, wenn ich die Tigerwurzel gebe, dann gebe ich gerne auch zur Rhythmisierung dann abends etwas, was in die Regeneration bringt, da komme ich später noch drauf, beziehungsweise kriegen die von mir dann auch tatsächlich Hausaufgaben. Also ich rede mit denen auch über ihren Lebenswandel nur nach außen verwenden sollen, sondern auch nach innen verwenden für sich und sich bewusste Inseln einbauen. Da hat jeder seine eigenen Strategien. Die einen müssen zum Wellness gehen und entspannen und die anderen müssen joggen gehen, um den Kopf freizukriegen. Aber das ist immer die Aufgabe herauszufinden, was ist dein Entspannungspunkt, wie kannst du eine Insel schaffen, damit die Kraft nicht nur verpufft und nicht nur ins Außen geht. Was können wir noch tun, um die Leistungsfähigkeit zu steigern? Auch hier gibt es mehrere Pflanzen, die das können. Astragalus wäre auch eine, die stark vitalisierend wirkt, die auch wieder bei viralen Erkrankungen eingesetzt wird, wird stark entzündungswidrig, gibt viel, viel Kraft. Die Brennnessel ist eine Pflanze bei uns heimisch, die man auch als Ginseng Ersatz verwenden kann. Brennnessel reguliert Aggression, das heißt, sie hilft, dass man die Aggression nicht gegen sich selber richtet, sondern dass man die gesunde Aggression entwickeln kann, gesund auch mit der Aggression umgehen kann, die gesunde Aggression entwickeln, dass man Kraft hat, Dinge anzupacken. Die Safflor-Berg-Scharte ist auch aus der chinesischen Medizin eine Komponente, die die Leistungsfähigkeit erhöht, die auch die Muskulatur erhöht oder stärkt, die so gerade jetzt auch für Sportler zum Beispiel eine gute Unterstützung sein kann. Ginseng ist so ein Universal-Tonicum, was einfach auch das lange Leben fördert, was die Leistungsfähigkeit fördert, die geistige Konzentrationsfähigkeit fördert und einfach auch dafür sorgt, dass man sich wohler fühlt. Aus der orthomolekularen Medizin wäre jetzt hier zum Beispiel L-Tyrosin, eine Aminosäure, die Wies- und Hallowach wirkt, die ist einerseits natürlich die Ausgangssubstanz für unsere Schilddrüsenhormone, das heißt gerade bei Schilddrüsen Unterfunktionspatienten kann man mit L-Tyrosin ganz viel erreichen, den Stoffwechsel anzuregen auch. Andererseits ist sie aber eben auch die Ausgangssubstanz für alle unsere Neurotransmitter, das heißt die macht auch gute Laune, weil wir vermehrt Serotonin bilden können, wenn ausreichend Tyrosin da ist und hilft dann damit auch wieder regulieren in den Melatonin Haushalt und Dopamin Haushalt. Man kann es eben gerade bei den Schilddrüsen Unterfunktionspatienten auch als Kombination geben mit Jod, da muss man ein bisschen schauen, dass man vorher ausschließt, dass es irgendwelche Autoimmunprozesse an der Schilddrüse gibt, damit man die nicht über das Jod zu sehr anfeuert. Wenn man Jod gibt, zeigt die Erfahrung, dass sehr viel verträglicher in der Wirkung und auch sehr viel weniger anregend auf irgendwelche Entzündungsprozesse, pflanzliche Verbindungen sind jetzt zum Beispiel eben aus der Kälbalge. Was auch die Leistungsfähigkeit steigert und was die meisten Menschen im ersten Moment nicht glauben, wenn ich das sage, aber ich sage Ihnen immer wieder, probieren Sie es aus, Sie werden es tatsächlich merken und zwar innerhalb von zwei Tagen sind Bitterstoffen. Bitterstoffe kräftigen und stärken, Paracelsus hat gesagt, bitter macht das Herze froh. Wenn Sie vor jeder Mahlzeit ein bisschen bitter auf der Zunge haben, dann steigern Sie die Resorption der Mikronährstoffe, die Sie in Ihrer gesunden Mahlzeit drin haben, dann verbessern Sie auch die Verdauung dieser Mahlzeit. Es werden einfach viel mehr Verdauungssäfte ausgeschüttet und der ganze Verdauungstrakt aufgeweckt und kann richtig gut arbeiten. Und wir haben eben auch anregende Wirkung über die Bitterstoffe. Wir haben immunmodulierende Wirkung über die Bitterstoffe, die uns so ein bisschen Kraft geben. Beispiel für eine schöne Bitterstoffzusammensetzung wäre jetzt von Evolution die Kardinaltinctur Quinteressentia 21. Da ist eigentlich alles an Bitterstoffen drin, was man so braucht, was wirklich hervorragend anregend wirkt. Man muss auch dran denken, dass Abgeschlagenheit insgesamt ein Signal sein kann für einen Mikronährstoffmangel. Ich bin überhaupt kein Fan von so Gießkannenprinzips, Nahrungsergänzungen, sondern ich fülle lieber gezielt auf eigentlich, wenn ich weiß, es gibt einen Mangel oder auch symptomatisch. Jedoch in so Stresssituationen, in so Ausnahmesituationen, wo wir einfach nur mal über den Berg drüber müssen, wo wir den Marathon durchhalten müssen, da schadet es nicht, wenn man mal mit so einem Universaltonikum wie jetzt zum Beispiel Spiel dem Vita Age 120 oder so auffüllt und einfach sicherstellt, dass wirklich alle Nährstoffe, die wir brauchen, zur Verfügung stehen und man spürt auch hier deutlich die Energie. Am besten in Kombination mit Bitterstoffen, wenn wir so Mikronährstoffergänzungen anwenden, dann vorher die Bitterstoffe nehmen und dann das Mikronährstoffreparat, dann werden die einfach viel besser verwertet. Schlafstörungen sind ein großes Problem im Stress, habe ich vorhin schon gesagt, auch hier haben wir Pflanzen, die uns helfen, die uns rhythmisieren und ich habe gesagt, wenn wir jetzt eben zum Beispiel mit einem Eleutorococcus tagsüber anregend wirken, dann brauchen wir auch was, was uns abends wieder in die Regeneration bringt. Eine Pflanze, die hier sehr hilfreich ist, jetzt war ich ein bisschen zu schnell, nochmal zurück, ist der Hopfen. Der Hopfen, der uns ein bisschen in die Leichtigkeit bringt, der macht fröhlich und beruhigt uns auf milde Art und Weise und wirkt schlaffördernd. Er wirkt entkrampfend und entspannend und wir haben hier auch wieder eine Pflanze, die stark hormonregulierend wirkt, in dem Fall insbesondere ins Östrogen. Also schlechte Nachricht für die Herren, Bier ist eigentlich ein Frauengetränk, weil Hopfen eine echte Frauenpflanze ist. Das merkt man auch bei den Hopfenpflückern zum Beispiel, ist es so, dass wenn die Hopfenernte ansteht, dann hat man sich früher erzählt, sind die Frauen in die Nachbardörfer gegangen, weil die Frauen von der Hopfenpflückerei lustig geworden sind und die Männer schläfrig und sozusagen libido schwach geworden sind. Also man merkt beim Hopfen tatsächlich, dass er Frauen die Spannkraft zurückbringt, weil er eben das Östrogen moduliert. Gleichzeitig ist er ein bitter Mittel erster Güte, also wenn man das einfach mal probieren möchte, nimmt man mal so einen Tropfen Hopfentinktur auf die Zunge. Das ist wirklich super bitter, das heißt, wir haben hier auch wieder eine Regulierung der Verdauung, wir haben eine Leberentlastung und wir haben eine Stärkung des Magens. Unruhezustände, wenn jemand so innerlich ständig angespannt ist und nervös ist, Schilddrüsen-Überfunktions-Patientinnen zum Beispiel, auch die profitieren vom Hopfen und alle diejenigen, die eher eine kurze Geduldsleitung haben, die tun gut daran, ab und zu mal sich zu unterstützen mit dem Hopfen, weil er eben so ein bisschen gelassener und geduldiger macht. Traditionell ist er tatsächlich ein Mittel erster Güte bei Ein- und Durchschlafstörungen, also egal, ob ich jetzt nicht einschlafen kann, weil der Kopf kreiselt oder ob ich nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann, der Hopfen bringt da einfach Entlastung und bringt Entspannung. Bei Patienten, die ständig dann, wenn sie Stress haben oder Prüfungsängste oder so haben, mit Durchfall zu kämpfen haben, auch da ist der Hopfen ein guter Regulator, weil er eben nervös bedingte Verdauungsschwierigkeiten reguliert. Für mich ist der Hopfen eine ganz wichtige Pflanze bei denjenigen, wo sich der Rhythmus umgedreht hat. Wenn die nachts nicht schlafen und tagsüber total müde sind, dann bringt einfach der Hopfen da den Rhythmus zurück und bringt die Regeneration in der Nacht einfach zurück und dadurch auch die Energie für den Tag. Eine andere Pflanze vom Charakter her anders als der Hopfen ist der Baldrian, den wir auch kennen als ein schlafregulierendes Mittel. Der Baldrian wirkt nicht bei allen Patienten so, dass man den auf die Zunge nimmt und dann schlafen sie ein. Das darf man also nicht immer falsch verstehen. Bei vielen Patienten ist es so, dass er direkt die Konzentration fördert und dass die erstmal auf Baldrian nicht einschlafen. Aber er hat eben auch eine ganz starke regulierende Wirkung, sodass er den Schlaf fördert, auch wenn wir ihn tagsüber nehmen. Er beruhigt das Herz, er stärkt die Nerven, er senkt den Blutdruck und er wirkt schmerzlindernd. Auch hier haben wir wieder eine Pflanze, die jetzt bei nervösen Verdauungsbeschwerden hilft, insbesondere wenn der Magen immer schmerzt, wenn man im Stress immer mit Blähungen zu kämpfen hat, dann ist der Baldrian ein ganz wichtiges Mittel. Der Baldrian ist jetzt, wo uns der Hopfen eher in die Leichtigkeit gebracht hat, ist der Baldrian eher derjenige, der diejenigen, die zu viel in der Luft unterwegs sind, runterholt, weil er eine ganz starke Erdungskomponente hat und einfach hilft, Überenergien abzuleiten. Also so unruhige Patienten, wo man das Gefühl hat, die haben die Füße nicht mehr wirklich auf dem Boden, die profitieren sehr, sehr vom Baldrian. Auch er wird traditionell eingesetzt, eben zur Verkürzung der Einschlafzeit. Ein tolles Mittel ist es bei Prüfungsängsten. Man muss einfach vorher ein bisschen ausprobieren beim Baldrian. Macht er mich müde unmittelbar oder ist es so, dass er mich im Moment erstmal eher in die Konzentration bringt und später dann den Schlaf reguliert? Das würde ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren, wenn ich weiß, ich habe morgen die Heilpraktikerprüfung, sondern das würde ich vielleicht mal ein paar Wochen vorher ausprobiert haben. Aber dann kann man eben den so einsetzen, dass es gut passt. Baldrian ist auch ein tolles Mittel bei Restless Legs. Also wenn Patienten so Nervenstörungen haben und die Beine immer zucken, das kann sehr unangenehm sein, das kann im Stress sich eben stark verstärken, das kann eben auch ein Grund sein, warum Menschen nicht einschlafen können und da wirkt Baldrian sehr schön beruhigend. Man kann ihn auch bei Kindern schon einsetzen, begleiten, zum Beispiel bei ADHS, weil er einfach auch hier regulierend wirkt. Und eben für alle, die so übersensitiv sind, wo ich das Gefühl habe, ich möchte ableiten, ich möchte einen Blitzableiter haben, diesen Übertonus ein bisschen reguliert, da ist Baldrian das Mittel der Wahl. Was können wir noch tun, um den Schlaf zu regulieren? Hezhuwu ist eine Pflanze aus der chinesischen Medizin, die zur Umstimmung eingesetzt wird, die eben auch bei Schlaflosigkeit hilft und die Vitalität gleichzeitig fördert, also auch ein wichtiges Stressadaptogen. Hanf ist für mich eigentlich die Halbpflanze oder eine der Halbpflanzen unserer Zeit, weil Hanf wirklich die Regulation des zentralen Nervensystems inbegriffen hat. Also Hanf aktiviert den Parasympathikus. Wir sind heutzutage alle viel zu Sympathikoton unterwegs, also ständig ist die Aktionsfähigkeit und der Dauerbeschuss und diese Regenerationsfähigkeit, die wird ständig in den Hintergrund gestellt und dadurch entstehen ganz viele Probleme bis hin eben zu geschwächten Mitochondrien, die dann sich ganz unterschiedlich auswirken können und wirklich eben die Erkrankungen unserer Zeit auch fördern. Und Hanf wirkt dem entgegen. Hanf aktiviert eben den Parasympathikus, sodass er uns hilft, mehr auch in die Regenerationsphasen zu kommen. Und wir können Gott sei Dank mittlerweile eben ganz legal Hanf einsetzen, weil es Destillate von Hanf gibt, die völlig THC-frei sind, weil wir über CBD-Öle zum Beispiel arbeiten können, die stark entkrampfend und schlaffördernd wirken und uns eben in die Regeneration bringen. Die Aminosäure, die wir jetzt sozusagen als Gegenspieler zu dem vorher genannten L-Tyrosin verwenden können, ist das L-Tryptophan, das auch zu den Ausgangssubstanzen für die Neurotransmitter gehört und den Serotonin- und Melatonin- Haushalt reguliert. Serotonin ist sozusagen unser Tageshormon, das dann abends umgewandelt werden soll in Melatonin und dafür braucht es L-Tryptophan. In der Nahrung haben wir L-Tryptophan zum Beispiel in Cashewnüssen, sodass es nicht schadet, abends ab und zu mal so ein paar Cashewnüsse zu knabbern, wenn man nicht schlafen kann. Und man kann es eben auch einfach als Ergänzungsmittel zuführen. Es ist so, dass viele mittlerweile sich herausgestellt, dass viele Schwierigkeiten haben mit der Umwandlung vom Tryptophan, sodass es sinnvoll sein kann, das schon als aktivierte Version zu geben, nämlich als 5-HTP oder in Kombination Präparate, die sowohl L-Tryptophan als auch 5-HTP enthalten, weil die besonders gut umgesetzt werden können. Auch Melatonin selbst kann man zum Beispiel als Hormoncreme oder als Spray verwenden, hilft den Schlaf-Wachrhythmus zu regulieren, wenn es wirklich gar nicht klappt mit dem Einschlafen. Es gibt mittlerweile Ergänzungspräparate mit Gamma-Aminobuttersäure, was ein dämpfender Neurotransmitter ist, was eben auch müde macht, was einem hilft, einzuschlafen, was aber genauso wie das Tryptophan auch keinen Hangover-Effekt hat. Also es ist nicht wie eine Schlaftablette, wo man dann eigentlich gar nicht wirklich regenerativ schläft. Und ich empfehle meinen Patienten gerne auch individuell und nach eigenem Gusto mit Raumbeduftung zu arbeiten, so eine Duftlampe schon abends am besten. Die muss gar nicht unbedingt im Schlafzimmer stehen, sondern eher im Wohnzimmer, da wo man sich abends aufhält. Die hilft einfach schon mal so ein bisschen in die Regeneration zu kommen. Da gibt es unterschiedlichste Öle, die man einsetzen kann. Natürlich ist Lavendel so ein Klassiker, aber es muss gar nicht immer der Lavendel sein. Da kann man wirklich so ein bisschen nach Gusto gehen und sich einfach Öle raussuchen, die so ein bisschen entspannend sind und die einem selber gut gefallen. Wichtig ist, dass man anfängt, tagsüber Inseln einzubauen, dass man anfängt, tagsüber schon mal eine Pause zu schaffen, wo man ein bisschen runterfahren kann. Das hat tatsächlich was mit Schlafhygiene zu tun, dass man also nicht erwarten kann, dass der Körper den ganzen Tag im Vollgasmodus durchgehend ist und dann soll er nachts auf Kommando abschalten. Das klappt meistens nicht gut, sondern wir brauchen eben zwischendrin auch mal eine Pause, wo wir durchschnaufen können, wo wir uns ganz gemütlich zum Mittagessen hinsetzen können. Auch solche Dinge befördern tatsächlich den gesunden Schlaf. Ashwagandha wäre jetzt hier zum Beispiel auch wieder zu nennen. Die heißt ja im Deutschen Schlafbeere, das heißt Schlafdorn. Das heißt, es wäre auch eine Pflanze, die hier wieder helfen könnte und ich habe vorhin schon auch genannt die Rosenwurz. Da waren wir schon dabei, dass auch das natürlich Pflanzen sind, die einen positiven Einfluss auf den Schlafwachrhythmus haben. Wenn jetzt Patienten tagsüber eben schon unruhig sind, dann ist es gut, wenn man eben diese Unruhe, diese innere tagsüber schon versucht zu regulieren und dann versuchen wir da natürlich Pflanzen zu geben, die jetzt nicht unmittelbar sofort den Schlaf befördern, weil wir müssen ja noch konzentrationsfähig sein, aber eben in einem sinnvollen Maß. Da ist eine ganz wichtige Pflanze der Lavendel, eine Seelenpflanze erster Güte eigentlich, der Unruhezustände lindert, darüber natürlich auch wieder den Schlaf verbessert, der Angstzustände mildert, denn der hilft auch, sich besser zu konzentrieren, weil er den Geist klärt und er hat was ganz, ganz Reinigendes. Lavandula kommt von Lavare, das ist Waschen, also es ist eine Pflanze, die wirklich Dinge bereinigt. Das ist jetzt eine Pflanze, die ich mir nur dann im Schlafzimmer, in die Duftlampe mache, wenn ich keinen Kinderwunsch habe, wenn also keine sexuelle Aktivität mehr stattfinden soll, weil das so was ganz Reines hat. Eher eben für die Konzentration, halt, 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 für die Konzentration tagsüber, hat eine ganz starke schmerzstillende Komponente, vor allen Dingen bei Kopfschmerzen, auch bei Patienten, die ständig überschwindelt klagen, hat es eine lösende Wirkung und auch wieder eine Pflanze, die hilft, wenn jemand zum Beispiel vor lauter Prüfungsangst Durchfälle entwickelt. Lavendel ist eine ganz tolle Pflanze, so in Übergangssituationen, also schon bei Kindern, wenn die jetzt vom Kindergarten in die Schule kommen, wenn die von der einen Schule auf die andere Schule wechseln müssen, aber eben auch, wenn ich einen neuen Job anfange, wenn sich irgendwie mein Leben gerade massiv verändert, Umzugsphasen oder so, wo manche Menschen dann eben im Stress, mit Unruhe und mit Panikattacken reagieren, da hilft Lavendel gut, durch diese Phasen zu kommen, bis hin tatsächlich auch, wenn ich jetzt einen Angehörigen pflege, der eben seinen Lebensabend, seinem Lebensende entgegen geht, da ist Lavendel für beide gut, weil er einerseits demjenigen, der pflegt, hilft, klar und sauber mit der Situation emotional umzugehen und andererseits eben auch den Sterbenden unterstützt, eben in dieser Wandlungsphase, in diesem Prozess und Ängste mildert. Für mich eine ganz, ganz wichtige Pflanze auch zum Thema Rhythmisierung, ich sage nachher gleich nochmal genauer, wie ich das mache, Lavendel auch eben eine Pflanze, die ganz toll nervenstärkend und regulierend wirkt. Eine zweite Pflanze, die ich bei Nervöser und Ruhe gerne im Einsatz habe, ist die Mistel. Die Mistel ist jetzt wieder so eine ganz verrückte Pflanze, eher so eine Pflanze, die uns wieder in die Schwerelosigkeit bringt, wenn man guckt, wie sie wächst, zeigt sie uns das ja auch. Die Mistel senkt den Blutdruck, also die Kandidaten, die jetzt im Stress völlig abschießen mit dem Blutdruck, die profitieren sehr davon, Mistel einzunehmen, aber auch Patienten, die mit Schwindel oder Kopfschmerz oder so krampfartigen Kopfschmerzen, also Migränezuständen reagieren, auch die profitieren von der Mistel. Sie wirkt ganz stark angstlösend auch, ist eben auch eine Pflanze, die man gut geben kann bei so Panikattacken, wenn jemand zu sehr in die Schwere gefallen ist und aus der Schwere nicht mehr rauskommt. Fördert die Konzentration, mildert die Nervosität und wir haben wieder eine Pflanze, die auch das Immunsystem moduliert und stärkt. In der Krebstherapie wird sie begleitend auch eingesetzt, da müssen wir sie allerdings tatsächlich spritzen, und da hilft uns die Orale-Einnahme nicht mehr viel, aber wenn es jetzt zum Beispiel um Infektanfälligkeit geht, da haben wir durchaus auch über die Tinktur und über die Orale-Einnahme eine regulierende Wirkung. Sie wirkt hormonregulierend, ist traditionell auch eine Fruchtbarkeitspflanze, wird in der Volksmedizin zur Fruchtbarkeitssteigerung beider Geschlechter eingesetzt und wir setzen sie eben auch seit jeher ein bei Patienten, die Albträume haben und nicht gut schlafen können, gerade dann, wenn sie eben tagsüber schon so ein bisschen in der Unruhe sind und da nachts nicht richtig rauskommen, dann wirkt die Mistel ganz hervorragend. Sie hat positive Wirkung bei Arteriosklerose-Neigung, das heißt, sie wirkt auch gefäßschützend und wir können sie auch begleitend bei Asthma zum Beispiel versuchen. Also alles, wo wir krampflösend arbeiten wollen, wo wir das Gefühl haben, es findet eine Verkrampfung auf seelischer oder körperlicher Ebene statt. Da kann die Mistel Linderung bringen. Damiana ist noch eine Pflanze, die auch super hilft bei nervösen Unruhezuständen, ist auch eine Pflanze, die stark entkrampfend ist. Bei den Mexikanern heißt Damiana Asthma-Besen, ist aber auch eine Pflanze, die mild aphrodisierend auf beide Geschlechter wirkt, einfach weil sie so ein bisschen in die Gelassenheit bringt, weil sie den Genuss wieder zulässt und macht eben fröhlich mildes Antidepressivum, was auch geschmacklich, finde ich, sehr gut geeignet ist. Gut, ist der chinesischen Medizin oder dem Ayurveda, was Unruhezustände reguliert und eben darüber auch Schlafstörungen mildert. Und auch eine von den Pflanzen, die wir einsetzen können, wenn Patienten stark magenmäßig reagieren. Wenn also wir vor stressbedingten Magen, Darmgeschwüren oder Entzündungen schützen wollen, ist Gutokola auch ein zuverlässiges Mittel. Schisandra ist auch eine Pflanze, die wir gerne einsetzen können bei Angstgefühlen, um Stress ein bisschen abzubauen oder einfach nicht mehr so nah heranzulassen. Sie wirkt leberschützend, ist eine gute Pflanze für so Kandidaten, die im Stress kurzatmig werden. Also Kurzatmigkeit ist ein Symptom, was uns auf Schisandra hinweist. Passiflora, die Passionsblume, ist eine Pflanze, die super gut passt bei Patienten, die besonders so Wassermann-Betonungen haben, so der verrückte Professor, der Erfinder Daniel Düsentrieb, die also tausend kreative Ideen haben und dann aber irgendwie nichts so richtig ins Tun bringen und dann völlig unruhig werden, innerlich stark unruhig werden. Da hilft Passiflora sortieren und zentrieren. Passiflora hilft, den inneren, eigenen Ton wieder gut wahrzunehmen und die Herzensruhe wieder zu finden. Wenn man so eine ständige nervöse innere Unruhe hat, dann hat das natürlich mit dem Stress was zu tun, dann ist es aber auch tatsächlich ratsam, mal einen Blick zu werfen auf die Schilddrüse, weil auch im Stress und gerade im Stress die Schilddrüse eben mal entgleisen kann und auch das kann eben innere Unruhe und Herzrasen und solche Dinge erzeugen. Und dann ist es gut, wenn man eben nicht nur jetzt über die Stresskomponenten arbeitet, sondern tatsächlich dann auch über gezielte Schilddrüsenregulation hier wieder aufräumt. Hafer ist für mich das Dopingmittel Nummer 1 für den stressgeplagten Menschen und das gehört unbedingt auf den Tisch, am besten jeden Tag, vielleicht gleich in Form von einem schönen, warmen Frühstück als Porridge. Hafer macht Nerven wie Drahtseile, liefert uns alle wichtigen B-Vitamine, da sind wir einfach gut gerüstet, wenn wir so in den Tag gehen und enthält eben Alkaloide, die mutig machen, die uns schützen vor dem Stress, der uns am Tag begegnet und zusätzlich haben wir Beta-Glucane drin, die die Verdauungsorgane stärken und pflegen und aufräumen. Wir haben eine stoffwechselaktivierende Wirkung. Hafer ist einfach ein tolles, tolles Nahrungsmittel, ein tolles Medikament aus der Küche sozusagen, was für mich die Basis eigentlich ist, wenn ich Stress begleiten möchte, dass ich versuche, über die Ernährung da natürlich auch zu drehen. Und dann ist es eben auch hier wieder wichtig, Inseln einzubauen, das bewusstes Vegetativum zu fördern, bewusst den Parasympathikus zu aktivieren, indem man basische Fußbäder macht zum Beispiel, indem man mit Wickeln und vielleicht auch basischen Massagen einerseits das Vegetativum so ein bisschen steuert und andererseits Übersäuerung mildert, die halt nun mal im Stress entsteht. Es ist so, dass Stress einfach der größte Übersäuerungsfaktor heute ist und nicht, wie viele meinen, die Ernährung. Ein bisschen muss man sich manchmal vielleicht von den Rauchern was abgucken, also nicht, dass sie jetzt anfangen zu rauchen oder das ihren Patienten raten, das wollen wir natürlich nicht, ganz im Gegenteil, aber der Raucher macht eines ganz goldrichtig. Wenn er so richtig Stress hat, wenn es so richtig heiß hergeht, ist das Erste, was er macht, dass er sich eine Zigarette nimmt und rausgeht und ein paar tiefe Atemzüge nimmt. Jetzt atmet der natürlich Noxen ein, was jetzt eher nicht so wahnsinnig gut ist und was Nikotin mit dem Nervenkostüm macht, das ist ein ganz anderer Film, da sprechen wir heute nicht drüber, aber man kann sich von dem was abgucken, weil es durchaus nicht schadet, wenn man eben in so einer Stressphase, wenn man merkt, jetzt kommt schon wieder ein Stapel Arbeit hier auf den Tisch, erst mal aus der Situation rausgeht, an die frische Luft geht, ein paar tiefe Atemzüge nimmt und dann gestärkt und mit einem gut durchbluteten Gehirn wieder rangeht und sich eine ordentliche Struktur schafft. Gerade wenn so unruhige Zeiten sind, ist wichtig, dass man einfach die Struktur behält und dass man die Zügel in der Hand behält und da hilft es manchmal, einfach erst mal rauszugehen, damit man dann mit voller Kraft wieder anpacken kann. Rhythmisierung ist eben ein ganz wichtiges Thema. Stress bringt uns aus dem Rhythmus, weil wir den eigenen Rhythmus nicht mehr leben können, sondern der Rhythmus sozusagen von außen irgendwie vorgegeben wird, aus welchem Grund auch immer. Es kann da total hilfreich sein und das erlebe ich in der Praxis tatsächlich immer und immer wieder, dass wir helfen, mit Pflanzen zu rhythmisieren. Das heißt, ich gebe morgens eine Substanz, die die Tagesenergie liefert und gebe abends eine Substanz, die uns zurückbringt in die Regeneration. Der Klassiker von den Anthroposophen seit langer Zeit genauso eingesetzt ist eben Rosmarin und Lavendel, zwei Lippenblütler, die sich in der Wirkung und im Charakter gegenüberstehen. Rosmarin bringt sozusagen das Feuer, bringt die Wärme, bringt die Energie für den Tag, wird richtig anregend und Lavendel bringt dann die geistige Reinigung, klärt das Seelengefäß und bringt uns in die Regeneration. Das geht natürlich mit anderen Pflanzen auch, morgens anregend zu arbeiten, eben mit schon den erwähnten wie Ginseng und Eleutorococcus oder auch Wermut und Meisterwurz sind anregende Pflanzen, die uns gut durchbluten, die uns gut Energie in den Tag geben, die wir dann eben morgens und mittags vor dem Essen jeweils einnehmen, ein paar Tropfen und damit wir dann abends aber gut runterkommen, brauchen wir dann da eben auch wieder Pflanzen oder Substanzen, die uns in die Ruhe bringen, die uns helfen, in den Regenerationszyklus zu finden. Also das heißt, einmal vor dem Abendessen einnehmen und einmal vor dem Schlafengehen einnehmen, das wären jetzt eben zum Beispiel Pflanzen wie der Hopfen oder der Baldrian oder auch Destillate vom Hanf oder CBT-Öl. Auch mit Aminosäuren kann man das machen, eben das Tyrosin morgens als Palowach, das L-Tryptophan dann eher in den Abend hinein und in der traditionellen abendländischen Medizin arbeitet man auch gerne mit Metallen, die also sozusagen den Menschen rhythmisieren und da wäre jetzt Gold die Sonnenenergie, die wir tagsüber geben, die die Tagesenergie bringt und Silber ist die Energie des Mondes, die uns dann gut in den Schlaf und in die Regeneration bringt. Auch hier gibt es Essenzen beziehungsweise Destillate, mit denen wir arbeiten können, um eine Rhythmisierung, die wir durch Pflanzen vielleicht schon durchführen, nochmal zu stärken, weil eben die Metalle sozusagen direkt eigentlich an der Persönlichkeit des Menschen wirken und helfen. So, jetzt habe ich Sie lange aufgehalten sozusagen davon in die Regenerationsphase zu gehen. Bleiben Sie gelassen und entspannt, auch in anspruchsvollen Zeiten. Wir kommen alle irgendwie da durch und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich habe völlig vergessen, auch meine direkten Kontaktdaten anzugeben. Wenn Sie Kontakt mit mir aufnehmen wollen für Supervision oder Beratung, können Sie das gerne über E-Mail machen. Das wäre info at jump minus on punkt EU oder Sie schauen mal auf die Kontaktdaten auf der Homepage www.jump minus on punkt EU. Ansonsten stehe ich jetzt hier im Chat auch noch zur Verfügung. Ich mache mal meine Kamera wieder an, wenn Sie Fragen haben. So, wenn Sie Fragen haben, dann schicken Sie gerne Nachrichten in den Chat und ich versuche sie gerne noch zu beantworten. Ansonsten wünsche ich allen denen, die sich schon ausklinken wollen, einen wunderschönen und regenerativen Feierabend. Kommen Sie gut in den Schlaf und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. So, jetzt schaue ich mal, was hier kommt. Ich schreibe noch mal genau an alle Teilnehmer die Kontaktdaten und die E-Mail-Adresse info at jump minus on punkt EU Dann ist hier noch mal eine Frage, welche Pflanzen ich empfehlen würde für den Östrogenspiegel. Da gibt es verschiedene Komponenten. Hopfen ist eben eine Möglichkeit, um den Östrogenspiegel zu erhöhen. Zum Beispiel beim Kinderwunsch jetzt gerade in der ersten Zyklushälfte würden wir da arbeiten. Beifuß wäre auch eine Komponente, auch der Rosmarin wäre hier eine Komponente, die hilft. Wir haben in 14 Tagen ein Webinar zum Thema Frauenpflanzen. Da wäre ich sicherlich auch noch mal auf diese Themen mit eingehen. Und was ich auch schon verraten darf, was ich jetzt fast vergessen hätte, ist, dass wir große Dinge planen, dass es ab Herbst eine Ausbildung oder eine Online-Ausbildung geben wird zum Thema Ausleitung und Entgiftung. Vielleicht verfolgen Sie mal auf der Homepage, was da so passiert in der nächsten Zeit oder Sie lassen sich den Newsletter schicken. Da wird es sicherlich noch Informationen dazu geben. Da schreibt jemand, dass jemand später eingestiegen ist, weil er länger arbeiten durfte, wie das eben so passend zu dem Thema ist heutzutage. Soweit ich weiß, gibt es eine Aufzeichnung des Webinars. Das heißt, Sie können in den nächsten Tagen auf der Homepage nachschauen und das Webinar nachhören. Hier kommt noch eine schöne Anmerkung. Einmal die Frage, was ich von CBD Bio-Hanf Vollextrakt halte. Ja, also je voller, desto besser. Und da ist, es gibt viel CBD-Öle am Markt und viel CBD-Extrakte am Markt und da gibt es tatsächlich auch viel Mist. Also sollte wirklich ein gutes Extrakt sein. Bei der Firma Evolution gibt es ein Hanföl, was wirklich ein Vollextrakt auch ist und was gut funktioniert. Und eben der ganz wichtige Hinweis, dass Elektrosmog natürlich ein ganz großes Thema ist und wenn ich den Abend vor fünf verschiedenen Bildschirmen verbringe, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich nicht gut schlafen kann und Fernseher und sowas hat im Schlafzimmer tatsächlich gar nichts verloren, weil einfach sonst die Energie zum Schlafen gar nicht die richtige ist. In welcher Dosis würde man die Mistel einnehmen? Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, welches Präparat wir einnehmen, wenn wir eben jetzt die Mistel als spangyrische Tinktur verwenden, so wie hier, dann wäre eine mögliche Dosierung zum Beispiel dreimal am Tag 20 Tropfen einzunehmen, wobei ich ganz schwierig finde, da jetzt konkrete Dosierungen anzugeben, weil das sehr patientenabhängig ist. Es gibt Patienten, doppelte Fisch zum Beispiel, also Fisch im Sonnenzeichen und Fisch im Aszendenten, die sind mit dreimal täglich sieben Tropfen schon völlig bedient, manchmal auch sogar dreimal drei und der doppelte Stier, der ein bisschen mehr verträgt, der darf gerne auch mal 30 Tropfen einnehmen. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, wie sensitiv ist man, wie sensitiv reagiert man. Am besten ist es, wenn man Tinkturen nicht kennt, wenn man die einfach einschleicht und erst mal mit einer kleineren Dosierung beginnt, schaut, wie man reagiert und dann langsam höher steigert. Und da würde ich eben, wenn man jetzt sich nicht selber als supersensibel sieht, dann würde ich mal mit 10, 15 Tropfen beginnen und dann eben vielleicht über die nächsten Tage steigert. Fisch mit Aszendent Wassermann, bitte, bitte mit kleinen Dosierungen starten, das sind super, super, super sensible Patienten, da braucht es wirklich oftmals gar nicht viel. Und ich kriege hier die Bestätigung, es gibt eine Aufzeichnung, der Link ist, glaube ich, an alle gegangen, wenn ich das richtig gesehen habe. Da kommen viele, vielen Danks, ich danke Ihnen fürs Zuhören, es hat mich sehr gefreut, dass Sie alle so lange mit mir durchgehalten haben und ihren Feierabend sozusagen für mich geopfert haben. Und ich freue mich, wie gesagt, wenn wir uns wiederhören, in 14 Tagen mit dem Thema Pflanzen für Frauen. Und dann gibt es noch zwei weitere Termine, die finden Sie alle auf der Homepage. Wenn Sie Fragen noch zu den Evolution Produkten haben, finden Sie auf der Homepage auch die Kontaktdaten, wo Sie direkt bei der Firma Evolution anrufen können. Vielen, vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen, die freuen mich sehr. Ja. Ich bleibe noch ein bisschen da. Das kann man im Zweifelsfall nachher alles wegschneiden wahrscheinlich. Falls noch Fragen sind. Genau, da war noch der Link mit den folgenden Webinaren. an alle, dann können Sie sich da die Termine noch mal runterladen. super. So, wie es aussieht, kommen keine Fragen mehr. Ich sehe, dass hier noch die Umfrage läuft. Da dürfen Sie gerne noch Ihr Feedback eingeben. Vielen, vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen, die schon gekommen sind. Vielen, vielen Dank noch mal fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen jetzt einen wunderschönen Feierabend und bis ganz bald und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020